Musik Ihr habt hoffentlich alle mitbekommen und verfolgt gestern der Sieg gegen Augsburg. Ganz, ganz wichtig, ein absolutes Highlight. Und heute am Sonntag folgt das nächste Highlight. Musik Die Fanclubbesuche 2024. Das bedeutet, dass sich die Jungs hier von der Säbener Straße auf den Weg machen und ausschwirren zu Fanclubs in ganz Deutschland und einfach mal Danke sagen. Danke für den Support. Danke dafür, dass ihr immer hinter der Mannschaft steht. Danke an die größte Sportfamilie der ganzen Welt. Und das will ich mir natürlich auch auf gar keinen Fall entgehen lassen und deswegen mache ich mich auf den Weg nach Nabburg. Da ist the one and only Thomas Müller. Das ist der FC Bayern. Let's go. Musik Okay, ihr habt es gesehen. Zwei Stunden Fahrt vor uns, aber das wird sich absolut lohnen. Das verspreche ich. Ja, ich würde mal sagen, das wollen sich ein paar Leute anschauen, was hier heute passiert. Schaut euch um. Parkplatz, wie gesagt, komplett voll. Hier geht es jetzt gleich in die Stadthalle. So, jetzt bin ich drin. Lass euch das mal auf der Zunge zergehen. Fanclub, der seit über 30 Jahren besteht, über 6000 Mitglieder. Jetzt kommen hier 700 Leute in diese Halle, um Thomas Müller heute zu empfangen. In der Blaskapelle und allem drum und dran. Das ist schon echt faszinierend. Und krasses Fanengagement. Auch das ist der FC Bayern. Hier sehen wir ihn. Oben noch das Datum, 3.12. Da hätten die Fanclub-Besuche ja eigentlich stattfinden sollen. Aber dann war Schneechaos, deswegen wurde es verschoben. Jetzt ist es ein Neujahrsbesuch. Ganzen Trophäen oder einige von denen, die er schon gewonnen hat. Hier gibt es später die Autogramme. Soll auch jeder nochmal die Möglichkeit haben. Und so wie ich Thomas kenne und wie ihr Thomas kennt, wird er sich die Zeit auch nehmen. Schaut mal her, hier oben sitzt er. So, hier werden noch ein paar Reden gehalten. Natürlich kommt alles, was Rang und Namen hat. Bürgermeister ist da. Fanclub-Präsident. Das Leibliche Wohl ist auch gesorgt. Radwurscht. Fast in der Allianz erinnern. Probieren wir mal. Sehr gut. Ich würde mal sagen, Narburg ist bereit. Let's go, Thomas ist da. Guten Morgen. Oder mal zur Ende. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Herzlich Willkommen hier in Neujahrsbesuch. Danke. Dankeschön. So, und der Blickraub voraus. Vorzauern. Vorzauern. Geist. 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 Turbulent los, Böller schützen, Blaskapelle. Und jetzt gehen wir in die Halle rein, da wartet der Fanglub und dann kann die Veranstaltung losgehen. Geist. Gleich Нет! Er muss noch gar nichts machen, einfach reinlaufen und alle klippen aus. Er muss. Thomas Müller! Thomas Müller! Das war ein Prost miteinander, gell? Ach ja, obwohl... Wollt's bloß, was ich jetzt ein Prost sind? Ich hab's nicht einstudiert. So, Frau B1. Wir nehmen ein Zettmeier. Wir haben uns entschieden. Und da will ich natürlich auch an den Verein gratulieren. Ihr kriegt seine Urkunde und ich hab die Ehre, die zu überreichen. Ihr könnt's euch im Verein zeigen oder wo ihr euch immer trefft. Also, da kann man schon stolz sein. Und vor allem der Verein ist natürlich froh, dass es solche Vereine wie euch gibt. Jawohl! Die Zeit, da bin ich mir sicher. Er hat den Platz genommen und jetzt schaut euch mal die Schlamme an. Oder auch mein Autogramm auf der Fußballschule. vielleicht trifft er dann besser. Das war unser Vlog zum Fanclubbesuch 2024 mit Thomas Müller, der hier hinter mir in der Halle noch sitzt. Fleißig Autogramme schreibt. Die Schlange ist nicht kleiner geworden, das sag ich euch. Thomas ist sicher noch ein bisschen beschäftigt. Ich mach mich jetzt wieder auf dem Heimweg nach München. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ein Tag, um den Fans was zurückzugeben für den Support über die ganze Saison hinweg. Wunderschön zu sehen, was sich die Fanclubs ausdenken, was die Fanclubs alles vorbereiten. Ihr seht natürlich auch noch Material der anderen Spieler, die auf dem Fanclub besuchen unterwegs. Schaut vorbei in der App, auf der Website, auf YouTube oder allen anderen Social Media Kanälen vom FC Bayern München. Zu guter Rest noch dein Fazit, Thomas, wie war's? Hallo Leute, wir fahren gerade zurück vom Fanclub. Es war eine riesen Veranstaltung. Vielen Dank für alles vor Ort. Wir haben mich super empfangen und bis dann. Viele Grüße. Also, Haken dran, klingt gut. Wir sehen uns bald wieder hier im FC Bayern Vlog. Danke euch fürs Zuschauen.